Ja, liebe Freunde, es geht weiter mit 2K16 WWE. Ihr seht schon, mein Charakter wieder voll und ganz gerade neu, schön aufgestanden und jetzt sind wir schon wieder bei unserer Arbeit. April, dritte Woche 2016. So, Match des Abends haben wir hier gerade stehen. Mach ich einmal hier gleich. Was ist denn hier? 2 vs. 2 Tag Team. Superstar, Baron Corbin vs. Aiden English und Simon Gottsch. Können wir ja gleich mal machen, ne? Ab zum Match. We've decided that your first official NXT Match is going to be Finn Balor and Hideo Itami vs. Baron Corbin and you. To get you prepared for that match, we're putting you up against the VOD-Villains. Show me you deserve to be in that match. Ja, da bin ich mal gespannt. Und, gut, letzte Episode erinnert euch auch vielleicht daran, dass ich auch nicht so super gut war. Muss man einfach mal sagen. Da bin ich irgendwie draußen im Ring gewesen. Auf jeden Fall super witzig. Kann ich euch nur empfehlen, die letzte Episode euch anzuschauen. So, okay. LB ist Tag, okay. Aber, gut, das ist schon mal ein guter Anfang. So, ich muss euch natürlich erstmal wieder mit der Störung vertraut machen. Also, deswegen, sorry, wenn es jetzt manchmal nicht so gut klappt. So. Schön auf den Rücken, auf die Lendenwirbelsäule. Das ist schon mal gut. Wie ich finde. So. Wir können natürlich auch wechseln. Also, das ist ja auch möglich. Ich glaube, mit LB war das, ne? Tag, glaube ich, ja. Das müsste es, glaube ich, sein. So, ich werde ihm so ein bisschen einiges so an... Damage geben. Aiden English. Sind das überhaupt der richtige Wrestler? Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, weil ich gucke seit Jahren kein WWE mehr. Das war halt nur damals, als Ray Mysterio, Eddie Guerrero, ihr erinnert euch vielleicht, auch aktiv waren. Und ich mochte Eddie Guerrero. Der ist ja auch gestorben an Steroids. Konsum zumindest. Herzinfarkt? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das Herzinfarkt war. Könnte gut sein. Aber ist schon übel, ne? Wie stark die Verletzungen und vor allem auch die Risiken sind bei Wrestlern. Die meisten nehmen ja Steroids. Also, sprich, Anabole, Steroide. Natürlich mit ärztlicher Aufsicht, die meisten. Aber einige gibt es dann auch, die konsumieren das zu viel. Und dann gibt es solche Opfer wie Eddie Guerrero und so weiter und so fort. Also, ups, da habe ich wohl voll daneben gehauen. Was will er denn jetzt gerade machen? Okay. Das wirkt mir ein bisschen harmlos. Gut, das war ja nichts. Oh, die wechseln sich gerade. Ich verstehe. Nix da. Fall mal schön runter. Wird das überhaupt gezählt? Weiß ich gerade gar nicht. Wir warten mal hier. Okay, das wird gezählt. Alles klar. Ja, in der letzten Episode zumindest bin ich nicht... Oder ich konnte nichts aufs Ring kommen. Das war mein Problem. Und wie gesagt, wir waren jetzt auch bei dem Thema Steroids. Und ich habe auch schon damals mich gefragt, ob das auch vor allem echt ist. Und haben natürlich das alles künstlich gespielt. Die werden alle professionell dafür ausgebildet. Wie sie ihre Movement unter anderem machen, dann kann es natürlich auch zu Risiken kommen, dass der eine oder andere seine Attacke nicht gut gemacht hat. Oder ausführlich gemacht hat. Okay. Richtig ausführlich gemacht hat, sodass es dann zu Knochenschäden oder sowas kommen kann. Oder eben Muskelschäden. Kann alles passieren. Also muss man einfach mal sagen. Aber ich finde Wrestling an sich ist eine interessante Sportart. Ist nichts Gesundes. Könnte ich jetzt nicht behaupten. Oh, die wechseln jetzt schon. Cool. Wie du willst. Hätte wohl die Nase voll gehabt, ne? Nichts da. Komm her. Schön mit dem Gesicht auf dem Boden. Das tut doch gut, ne? Würde ich mal behaupten. So, wartet. Das ist doch mal was, ne? Schön auf dem Rücken. Ja, und ich habe das dumpfe Gefühl. Wir machen auch dieselben Movements. Ich glaube, das kann man wohl auch noch irgendwie einstellen, wenn das natürlich klappt. Ich weiß gar nicht. Oh. Das war zu früh, leider. Nein. Ich will wieder rein. Tut mir leid. So, genau. Das war das Problem. Ich bin nicht reingekommen. Aha, okay. Geht halt irgendwie nicht. Doch, doch. Der ist jetzt verletzt. Gut. Ich dachte schon, ey. Wann werden die mal endlich hier grün, rot, was auch immer. Bin ich ein bisschen gewundert, muss ich zugeben. Autsch, ey. Das muss echt wehtun. So, ich würde sagen, wir springen einmal drauf, wenn es klappt. Und los. Genau. Das tut dem gut. Ich kann heute Abend nichts mehr essen. Da muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Wenn man so springt, muss man doch normalerweise auf die Knie fallen. Und obendrauf, wenn man nicht richtig trifft, kann man sich doch gleich Knöchel überhaupt anbrechen, ne? Es müsste eigentlich klappen. Es sollte klappen eigentlich. So. Aha, aha. Er will dich runter sch- Alter, wie habt ihr das gesehen? So ein mieser Arsch. Der passt sogar auf. Der passt sogar auf. Moment. Wie war das gleich? So. Ach du meine Güte. Der hat auf jeden Fall gekontert. Na warte. Pass bloß auf, dass du nichts Falsches tust. Aber wie ist das eigentlich bei euch? Wie findet ihr Wrestling eigentlich? Ich meine, ihr schaut das ja bestimmt gerne. Aber habt ihr da auch schon so richtig Bock drauf, immer wieder Wrestling zu schauen? Es gibt ja viele, 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 die da echt ambitioniert dabei sind. Das ist wirklich deren Passion, jeden oder jedes Wochenende über Wrestling zu schauen. Ich muss zugehen, ich habe es auch sehr, sehr gerne geschaut früher. Wie gesagt, als John Cena unter anderem gab. Äh, John Cena sage ich. Ray Mysterio unter anderem. Und so weiter und so fort. Also. Das war schon richtig cool. So, Signatur habe ich gerade gedrückt. Ich glaube, das ist die Speziattacke. Autsch. Das muss richtig wehtun. So, geladener Finisher machen wir auch noch. Na los, komm mal her. Ja, ja, Finisher kann man wohl auch alles ändern. Also muss ich halt mal schauen, wie man das erstmal alles im Nachhinein irgendwie ändern kann. Also, das ist bestimmt... Oh, hat gerade nicht geklappt, weil ich falsch gedrückt habe. Sorry. Beziehungsweise falsch, äh, ja, mit dem Analogstick gedreht habe. So, jetzt könnt ihr ja nicht kommen, ne? So, komm mal her. Autsch. Gut, erfolgreich abgewehrt. Ich wechsle ja auch gar nicht mit meinen Kollegen. Ich hätte das normalerweise machen können. Aber ganz ehrlich... Nö, mach ich aber noch nicht. So, was ist hier? Mach bloß nichts Falsches. Mach bloß nichts Falsches, Kollege. Was ich halt nur blöd finde, ist bei Wrestling, das ist bei Deutschland zumindest, es ist nicht so stark ausgeprägt. Aber ich denke, mit der Zeit werden wir auch irgendwann so ein Wrestling-Erlebnis haben hier mit professionellen Wrestlern unter anderem. Haben wir das auch? Ich weiß es gar nicht. Es gibt schon Wrestling, aber ich könnte jetzt keinen deutschen Wrestler irgendwie aufnennen oder so nennen. Zumindest habe ich da jetzt keine Erfahrung mit. Fußball gibt's, Basketball gibt's, Handball gibt's, aber so Wrestling fehlt einfach, wie ich finde. Also, dass das so eine anerkannte Sportart ist, wo man wirklich auch im Fernsehen auf Sky oder sonst wo wirklich Wrestling schauen kann. Ach du meine Güte, der ist ja wieder... Der will wechseln, der will wechseln, aber stopp. Na warte, bevor du rausgehst, hau ich hier noch eben eine rein. Und dir auch noch, Kollege? Oh, oh. Mist, das war zu spät. Shit. Wieder zu spät. Mist. Das ist nicht gut. Muss halt extrem schnell sein. Mist, das war zu früh. Ach du Kacke, ach du Kacke, das sieht gar nicht gut aus. Autsch. Ich müsste jetzt einmal bitte... Was geht bei dem denn ab? Der will mich schon direkt hier... Knockouten hier, das gibt's nicht. Oh, langsam aber komme ich... Schwer raus, würde ich mal behaupten. Der Kerl scheint auszurasten. Ach du Scheiße. Das ging auf den oberen Rücken, das war überhaupt nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. So, jetzt steh auf. Sauber, hau ihm eine rein. Los, hau ihm eine rein. Hier, zack. So, Kollege. Haste davon. Steh bloß nicht auf, das war äußerst unfreundlich. So, wartet mal, wir... Wechseln. Ah ne, das bringt nichts, ne. Doch, geht vielleicht. Na, Mist, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Mann, der hat Probleme. Sind die auch so oft daneben gesprungen, kein Wunder. Wartet mal, wir wechseln jetzt mal. So. Ein bisschen auf die Nase hauen. So, nicht verkehrt. Wie geht das denn überhaupt? So, ne. Genau. Soll dem da eine ein bisschen reinhauen. Wir machen eine kleine Pause, ein bisschen... Ja, erfrischen, wenn ich das mal so formuliere, ne. Vor allem auch, was die Ausdauerunternehmung angeht. Man sieht das ja an der Leiste zumindest unten. Ja, ich finde es halt immer wieder interessant, muss ich zugeben. Also, WWE 2K16 macht auf jeden Fall viel Spaß. Aber, wie gesagt, das war halt auch nochmal so ein Randthema, was ich einfach nochmal ansprechen wollte. Und wer weiß, was wir noch so alles hier... Oder was ich hier zumindest ansprechen werde in diesem Spiel. Ich finde es halt interessant. So, Kollege, hau ihm mal eine rein. Mach ihn fertig. Boah, der macht ja genau dasselbe wie ich. So. Ich hoffe, der kann ihn zählen. Shit. Der Arsch. Ach, du Kacke, der Schiedsrichter ist runtergeflogen. Kollege. Ein bisschen schummeln darf doch sein, ne. Ich muss einmal raus. Ja, ich will raus. Gut, geht doch. Ich muss das mal echt schauen. Wie ging das denn mal? Also, wenn ich LT drücke, kann ich raus, ne? Okay. Was ist, wenn ich so einfach draufgehe? Ja, wir haben gewonnen. Gut. Boah. Manchmal habe ich echt ein Problem, da aus dem Ringen rein rauszukommen. Ei, ei, ei. Was für ein Match. Nicht schlecht. So, das war großartig. Hin und her. Blablabla. Beziehungsänderung. Natürlich nicht so gut. Glaube ich. Dominante Persönlichkeit. Stolz. Glücklicherweise. Egoistisch. Blablabla. Respektvoll. Und so weiter. Sofort Popularität. Null. Und dann machen wir mal gleich direkt weiter. Hey, wait a second. Next week is your first match on NXT. With all the lights and craziness that happens on that day, don't forget to go out there and have some fun. We all do this because we love this business. And I can tell, that's what you bring to the table too. You're going to do some big things in the WWE, kid. Just don't let all this go to your head. Na, das ist super. Sehr schön. Dankeschön. 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 Das wäre sehr lieb. So, das Training hat dir 1400 TP gebracht. Dankeschön. So, und damit können wir uns jetzt, glaube ich, auch skillen. Warte. Ich möchte erst mal ganz kurz nochmal schauen, weil ich kenne mich, wie gesagt, hiermit nicht so super gut aus. Und ich glaube, jeden Mittwoch haben wir, ne? Wenn ich das richtig verstanden. Jeden Mittwoch haben wir solche Matches, unter anderem. So, Charakter könnten wir jetzt auf jeden Fall machen. Rangliste würde ich mal ganz gerne mal kurz schauen. Aha, okay. Der erste ist Kevin Owens. Ja, und wir sind halt immer noch 10. Platz. Interessant, interessant. So, wir gehen jetzt ganz kurz auf Charakter. Eigenschaften will ich mal ganz kurz schauen. So, im Eigenschaftenbildschirm kannst du die Eigenschaften deines Mein Superstar verbessern. Je mehr Eigenschaften, bla bla, ist es effektiver, bla bla, 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 bla. Okay, dann ein bisschen effektiver. Aber Armkraft, okay. Wir haben momentan 60. Das ist natürlich blöd, ne? So, Bewegungstempo wäre auf jeden Fall gut. Oder Stärke wäre auch gut, ne? Ausdauer, Ausdauer, oh ja. Alter Schwede. So, ich werde das mal ein bisschen ausgeglichen skillen, wenn es geht. Ich hoffe, das ist so in Ordnung für euch. So, das soll auf jeden Fall 65 sein. Stärke will ich auch auf jeden Fall auf 65 erhöhen. Das wäre gut. Bewegungstempo auch, äh, Tempo. Auf 70. So, was haben wir hier noch? Armkraft. Ja. Machen wir auch noch. Arm ist ja sehr wichtig eigentlich, ne? Und Bein vor allem auch. So. Grifftempo. Ach, das können wir auch alles noch. Ach, Ausdauererhöhung. Ja, ja, Ausdauererholung. Oh ja, oh ja, oh ja. Das mache ich jetzt voll. Das ist super, super, super wichtig. Chance, Erholung. Auch nochmal alles draufhauen. So. Und ich würde sagen, das war auch eigentlich gut. Boah, was hier alles gibt. Pinbefreiung. Wahnsinn. Moment, 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 Moment. Oh, Mensch, Pinbefreiung mache ich. Habe ich auch nochmal draufgehauen. Das kann möglicherweise auch im Nachhinein sehr wichtig sein. So, einmal annehmen. Und einmal jetzt auch ja. Vielen Dank. So, Fähigkeiten. Meine Karriere, Fähigkeiten. So. Ähm. Zusätzlicher Fähigkeitsplatz. Du hast nicht genug VC, um dieses Blablabla freizuschalten. Okay, ich habe 6 VC. Oh, Wacke, da brauche ich ja einiges. Ich habe 0 VC momentan. Was habe ich denn hier? Pin-Kombo. Schonungslose Aggression. Level 3. Oh, Mann, hier gibt es diverse Möglichkeiten an Fähigkeiten natürlich. Wie ich skillen kann. So. Im Aussehen kann ich ja natürlich auch noch, glaube ich, pimpen, ne? Können wir ja mal gucken, ob wir das optimieren können. Wenn ja, wäre das natürlich super cool. Und ich werde auch die Folgen so einigermaßen 15 bis 20 Minuten halten. Weil ich finde das ehrlich gesagt ganz okay. Gesicht. Ich würde dem mal gerne so ein Bart reinhauen. Wenn es noch klappt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob man das noch ändern kann. Haa, blablabla. Gesichtsbehaarung. Habe ich jetzt nichts stehen, ne? So, Gesichtsbehaarung. Wie wäre es denn damit? Kann man normalerweise tun, ne? Ja, wobei die Behaarung sieht auch nicht so... Ich will einfach nur ein ganz normalen 3-Tage-Bart gleichmäßig auf dem Gesicht verteilt haben. Und nicht einfach so eine bestimmte Form an Bart haben. Das ist mir ehrlich gesagt nicht so... ...gelegen. Die sind alle so. Das stört mich extrem gerade, muss ich zugeben. Also, ist halt nur mein Geschmack, ne? Die einen oder anderen können das natürlich gut finden. Alles hier individuell. Nicht, dass hier gleich jemand ankommt und sagt, Hey, Malik, was denkst du da für einen Scheiß? Du hast gar keine Ahnung und so. Ja, Haarfrisur gibt es hier auf jeden Fall noch. Hier die 8 zum Beispiel. Ach du meine Güte. Sieht nicht schön aus. Sieht nicht schön aus. Ja, wir müssen das wohl so erstmal lassen, oder? Lange Haare können wir ihm geben. Wie sieht das denn aus? Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Machen wir mal annehmen. Einfach mal die Haare verändern. Teile, Punkte. Oh mein Gott. Gesichtsbemalung. Narben, Augen, Make-up. Ach du meine Güte. So. Jetzt gehen wir aber raus. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall... Ja, ich würde sagen, bei der nächsten Episode von Let's Play. Ja, wie gesagt immer so schön. WWE 2K6-Scene. Lass gerne eine Bewerbung da. Bis dahin. Ja, wie gesagt immer so schön. Ja, wie gesagt immer so schön. Vielen Dank.